Und das? Ja, das war die Kurzfassung. Und du? Ich wusste vorher nicht ganz genau, was du für eine Rede hier vorwiegst. Ich auch nicht. Das war mehr, als ich es eigentlich erzählen wollte. Ich hätte jetzt mit einer hochpolitischen Einlage... Ja, ich hab gestern von Janni gelernt, was man auch politisches kann. Ja, ja. Du weißt, was jetzt kommt. Ist ja auch politisch. Das Lied? Ja. Ist das schon mal bei mir? Das Lied? Ja, ich dachte, der Frau ist hochpolitisch. Also hinter den zwei Silben, die dann hervorkommen. Das Lied? Ja. Das Lied? Ja. 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 Schalalala, Schalalala, Osterstaat, Mekar! Schalalala, Schalalala, Osterstaat, Mekar! Das ist jetzt die erste Sitzung. Ich sag mal... Das war jetzt ein bisschen unausgewogen. Meinst du jetzt von der Quantität oder der Qualität des Vortragens? Schalalala, lalala, lalala hab ich nichts vor. Danke, Jan, das spielt meine Erfahrung. Hier war mal kurz. Ja. Sehr gerne, aber du würde mitmachen.